Hallo, ihr werdet euch heute selbstständig mit zwei Beispielen zum Kreissektor beschäftigen. Unser erstes Beispiel lautet, Bettina hat folgendes Blumenbeet. An welche geometrische Figur erinnert dich Bettinas Blumenbeet? Ja genau, an einen Kreissektor. Skizziere dir Bettinas Blumenbeet mit folgenden Angaben auf dein Blatt und benenne die verschiedenen Dinge, die du sonst noch kennst. Alpha ist gleich 150 Grad und R ist gleich 2 Meter. Skizziere dir nun Bettinas Blumenbeet. Also, was kennen wir bereits? Wir wissen, dass unser Zentriwinkel Alpha 150 Grad ist. Des Weiteren kennen wir den Radius von 2 Meter. Außerdem können wir uns noch den Mittelpunkt M und die Bogenlänge unseres Blumenbeets B einzeichnen. Die Bogenlänge unseres Blumenbeets wäre hier. Zweitens, sie möchte das Blumenbeet mit Rindenmulch auslegen. Ein Sack Rindenmulch reicht bei einem Blumenbeet für ca. 1,5 Quadratmeter. Wie viele Säcke Rindenmulch muss Bettina besorgen? Drücke nun erneut auf Stopp und versuche herauszufinden, wie viele Säcke Rindenmulch Bettina besorgen muss. Bettina möchte also ihr Blumenbeet mit Rindenmulch auslegen. Handelt es sich hier um eine Fläche oder um den Umfang? Da sie die Fläche, also ihr gesamtes Blumenbeet, mit Rindenmulch auslegen möchte, handelt es sich um die Fläche, also um den Flächeninhalt. Die Formel hierzu kennen wir. A ist gleich R zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360. Nun setzen wir für R 2 und für Alpha 150 ein und erhalten einen Flächeninhalt von rund 5,24. Der Radius war in Meter gegeben, daher beträgt unser Flächeninhalt auch 5,24 Quadratmeter. Wir wissen nun, dass ein Sack Rindenmulch für ein Blumenbeet für ca. 1,5 Quadratmeter reicht. Wir rechnen daher weiter 5,24 durch 1,5 und das ergibt mehr als 3. Somit muss Bettina aufgerundet 4 Säcke Rindenmulch besorgen. Bettina muss für ihr 5,24 Quadratmeter großes Blumenbeet 4 Säcke Rindenmulch kaufen. Das Blumenbeet ist 5,24 Quadratmeter, da wir den Radius ebenfalls in Meter gegeben haben. Unsere nächste Aufgabe lautet. Die Schildkröten von Lisa haben ein Luxusgehege. Es grenzt direkt an eine Terrasse und ist rund. Das Eck der Terrasse hat einen Winkel von Alpha ist gleich 120 Grad. Die Entfernung vom Eck der Terrasse bis zum Zaun sind 3 Meter. Der Zaun hat einige Löcher und die Schildkröten laufen ins Gemüsebeet und fressen dort den Salat weg. Bevor Lisas Mutter ganz böse wird, muss ein neuer Zaun her. Wie viel Meter Zaun muss Lisa daher besorgen? Drücke nun auf Stopp und versuche herauszufinden, wie viel Meter Zaun Lisa besorgen muss. Wir haben hier eine Skizze dieses Sachverhalts gegeben. Nun, wir wissen, dass der Zentriwinkel Alpha der Terrasse 120 Grad ist. Dieser befindet sich also hier. Die Entfernung vom Eck der Terrasse bis zum Zaun sind 3 Meter. Das heißt, der Radius beträgt somit 3 Meter. Des Weiteren können wir uns noch den Mittelpunkt M und die Bogenlänge B unseres Geheges einzeichnen. Wir wollen wissen, wie viel Meter Zaun Lisa für ihr Gehege besorgen muss. Der Zaun von Lisas Gehege befindet sich also hier. Wir wollen also wissen, wie viel Meter Zaun sie braucht. Daher handelt es sich um den Umfang. Um sich den Umfang berechnen zu können, benötigen wir die Bogenlänge sowie den Zentriwinkel Alpha. Wir haben hier jedoch den Zentriwinkel der Terrasse gegeben und nicht den des Geheges. Aus diesem Grund werden wir uns diesen im ersten Schritt berechnen. Wir wissen, ein voller Kreis hat einen Winkel von 360 Grad. Wir rechnen daher 360 minus 120 und das ergibt 240. Der Zentriwinkel für unser Gehege beträgt somit 240 Grad. Wir wissen, dass wir für den Umfang die Bogenlänge benötigen. Daher berechnen wir uns im nächsten Schritt die Bogenlänge. Die Formel hierzu lautet B ist gleich R mal Pi mal Alpha durch 180. Wir setzen nun für R 3 und für Alpha 240 ein. Unsere Bogenlänge beträgt somit rund 12,57. Da es sich bei der Bogenlänge um eine Länge handelt, beträgt unsere Bogenlänge somit 12,57 Meter. Nun können wir mit der Umfangsformel weiterarbeiten. Diese lautet U ist gleich 2 mal R plus B. Wir setzen für R 3 und für B 12,57 ein und erhalten einen Umfang von rund 18,57. Unser Umfang beträgt somit 18,57 Meter. Da der Radius in Meter gegeben ist, beträgt der Umfang auch Meter. Lisa muss jedoch aufgerundet 20 Meter Zaun für ihr Schildkrötengehege kaufen. Warum? Man kann im Baumarkt nur 5, 10, 15, 20 und so weiter Meter kaufen, daher nur in 5er Schritten. Wir müssen daher unser Ergebnis von 18,57 auf 20 aufrunden. Ich hoffe, ihr konntet die Beispiele selbstständig lösen oder habt ihn lösungsfähig verstanden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.